Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem kleinen Info-Video, nebenbei eine kleine Runde Bau-Bash. Ja, ich habe heute mehrere Punkte auf meiner nicht existierenden Liste, aber erstmal fangen wir mit der Runde an. Oh, den Map kenne ich noch gar nicht. Kann man sich da unten auch... Oh ja, gut. Ja, wir fangen an mit einigen Änderungen und zwar habe ich mich jetzt letztens umbenannt. Ich heiße jetzt nicht mal Killer Kali macht LP, sondern nur noch Killer Kali. Ich finde das einfach besser. So, eine Ahnung, ist nicht so umständlich oder einfach ein bisschen besser. Ist eigentlich gar keine große Änderung, bloß dass ich jetzt halt auf meinem Kanal-Banner steht das jetzt noch drauf und Intro habe ich jetzt momentan auch kein. Aber das kommt alles noch. Ja, das ist eigentlich das Einzige dann auch schon. So, dann war jetzt auch lange Pause. Das liegt daran, weil ich jetzt Ferien hatte, viel im Urlaub war und keine Zeit dafür hatte, jetzt vorzuprozieren oder irgendwas zu machen. Aber ich... Bald kommen dann wieder regelmäßig Videos. Also... In der Woche oder so, wenn ich... Ich habe jetzt nochmal bald Trainingslager, dann bin ich nochmal weg. Aber in der Woche, dann... Kommen dann wieder regelmäßig... Ich versuche jeden Tag ein Video zu bringen. Wie das klappt, weiß ich noch nicht. Aber ich versuche es. Das reicht ja schon mal. Oh. Scheiße. Ähm, ja. Ich brauche, ähm... Ich habe momentan auch nicht so wirklich viele Projekte. Also... Ich muss mal gucken, wie dann nach... Ein paar Umschauen... Ein paar neue Projekte starten oder die alten jetzt mal wieder... Ich habe ja auch noch viele alte, das ist das Problem, wie ich die gar nicht mehr so oft gemacht hatte. Weil die halt noch nicht beendet sind. Die muss ich dann auch noch machen noch. Also werde ich machen. Muss ich natürlich nicht, aber mache ich. Mal gucken, wie das denn alles so läuft. Dafür wird es vielleicht auch später nochmal ein Infovideo geben. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. So viele Punkte waren es dann doch gar nicht, wie ich dachte zuerst. Aber wir können uns jetzt noch ein bisschen auf die Runde Bow Bash hier konzentrieren. Hey! Das war sehr intelligent. Oh, nein, nein, ach komm, ja, ich habe seit Ewigkeiten kein Minecraft mehr, gespielt seit ungefähr vier Wochen jetzt nicht, ist schon krank, deswegen muss ich mich jetzt mal wieder ein bisschen warm spielen, ist auch gerade die erste, also, irgendwelche Runde vom Einkauf, die ich seit vier Wochen gespielt habe, bin schon erstaunt, dass das so gut ist, doch, also ist jetzt ja nicht so schlecht, ne, oder, finde ich nicht so schlecht, so, oh, also mega so, Oh, nein, oh, ihr seid doch alle blöd Ah, perfekt, läuft doch nicht schlecht Oh, da war gerade ein Leck, das, äh, kann ja nichts machen Ey, ach komm, warum fällt der denn nicht runter? Fall, runter, du Ja, jetzt ist es auch runtergefallen Sind denn die alle hin? Wie viele Punkte haben wir? Oh, wir verlieren gerade sogar Das ist nicht gut Das ist nicht gut Ja, die sind immer auf dieser Insel drauf, das ist ein Vorteil Weil man da sich nicht so gut runterkicken kann Oh, jetzt barge ich da fest Ja Nein! Ach komm Ey, alter, gerade leckst extrem irgendwie Ich weiß nicht warum, aber es leckt Ja, über, hallo Ey, was soll denn das jetzt so? Liegt das an mir, oder? Was ist da los? Wir müssen mal wieder ein bisschen Punkte machen Das sieht nicht so gut aus Was wir uns gerade momentan Ah Nein! Ah, fuck 7 zu 21, das kann doch nicht angehen Der ist voller Pfeile Und fällt einfach nicht Runter Alter Das sind die Verarschen, oder? Die hat doch irgendwas auf seinem Bogen drauf Auf seinem, auf ihrem Bogen Oh Oh, ja, da hatte ich Glück gehabt Jetzt läuft's wieder ein bisschen besser Jetzt geht's ein bisschen besser Ja Ja, die ist einfach hochgeflogen Oh Mann Ja Auf der Gamescom war ich übrigens auch Ähm, falls es jemanden interessiert Ich weiß nicht, war einer von euch da? Könnt's ja mal in die Kommentare schreiben Und wie fandet ihr's, wenn ihr da wart? Also ich fand's mega geil Wie letztes Jahr eigentlich auch Nau Schon ein bisschen scheiße gerade Alter Bin ich einfach da runtergefallen Boah, das war wieder mega leck Ja Geht doch Ist doch alles gar nicht so schwer Wow Digga, warum fliege ich mal so weit zurück Und die nicht Alter Manchmal hab ich das Gefühl, dass die anderen gar nicht so richtig mitspielen Irgendwie kriegen wir kaum Punkte Ob ich Obwohl ich eigentlich relativ gut Die Leute bumse Aber irgendwie kriegen wir kaum Punkte dazu Alter Jetzt läuft's Jetzt Es ist fast wieder Fast wieder ausgeglichen, möchte ich schon sagen Oh Gott Es war Es war fast ausgeglichen Das war ja leicht jetzt Habe ich mir irgendwie ein bisschen schwerer vorgestellt Fuck Fuck Das ist aber auch nicht so einfach. Aber die Map ist ziemlich geil, finde ich. Bloß, dass es blöd ist, wenn die hier drin sind. Dann kommt man überhaupt nicht mehr rüber. Ah, das macht mir nix aus. Jetzt fällt er runter. Ja, hab ich noch erwischt. Hat er nicht runtergefallen? Mein Gott. Aber auch schon eine ziemlich lange Runde. Hä? Von da oben schießt er. Wo? Das war Glück. Digga. Alter, warum schlage ich den einfach zweimal und der hat... Der fliegt einfach nicht runter. Als einer von Team Rot ausgegangen. Das ist doch relativ gut. Wir sind zu viert und die zu zweit nur noch. Wir kommen trotzdem nicht weiter ran. Oh. Wir holen einfach nicht auf, obwohl wir viel wehr sind. Verstehe ich nicht. Verstehe es nicht. Verstehe es nicht. Mit drehen will ich trybier, bis wir... Wenn... Wir gestiegen. Wir haben jetzt einen Yer-Ti-Mabs. Wir lassen uns gehen. Wir sind die Lä-Ti-Mars-Mars-Mars�есс, Wir lassen wir uns. Wir lassen uns 청ut meinen Preis budget. Ey, was ist bei dem falsch eigentlich? Warum fliegt der denn nicht runter? Mein Gott, wie oft würde der noch schulschlagen werden? Ja, ist okay. Mach halt, ne? Ich stelle genauso einig, dann fliegst du auch nicht runter jetzt. Mach, mach dich weg. Danke. Wow. Ja. So. Jetzt, jetzt haben wir sie. Drei Mal noch. Ja. KD 0,7. 25 Kills. Richtig gute Runde. Play of the Match mit 40 Kills. Verbindung, ja okay, war eh zu Ende. Ja, dann hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten richtigen Video wieder. Bis dann. Haut der Rinde. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.